TV-Straßensound Was ich studiert habe, ist scheißegal, aber das will der Spassi, Alter. Scheiß auf dich, scheiß auf Maskulin, Alter, haben wir es jetzt nochmal erwähnt. Jo, willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren zu TV-Straßensound heute aus Duisburg mit Majo. Majo, was geht? Wie geht's, alles gut bei dir? Danke, alles bestens. Bei dir? Ja, alles gut soweit. Ey, wir sind hier gerade in der Remember. Genau. Hier bist du öfter mal, hier hängst du ab oder hier rauchst du mal eine Shisha oder wie schaut's aus? Hier bin ich des Öfteren anzutreffen. Wenn ich mal in Duisburg bin, was leider nicht mehr so häufig vorkommt, weil ich viel unterwegs bin aufgrund meines Albums, bin ich hier anzutreffen und rauch hier mal meine Traubemünze, das ist die beste Shisha. Und dann kommt hier, können wir ganz kurz hier, das ist der Samet Kilic, der ist noch Single, also wenn ihr den kontaktieren wollt, schreibt den Jungen an. Ihr seid allerherzlichen Willkommen. Der hat einen eigenen Laden, also auf jeden Fall, das ist ein Grund, mit dem zusammenzukommen oder sich zumindest zu treffen. Hier ist Orma Duisburg, kennt ihr ja. Den kennt man von deinen Instagram-Posts. Genau, das ist unser Boxer, der nicht trainieren möchte. Und hier, das ist M Boulevard, beste Kampfsportschule am Rani Palace. Und da gehe ich immer trainieren in letzter Zeit, mache ich ja nicht mehr so viel Fitness, Alter. Ich mache jetzt ein bisschen mehr Kampfsport, weil die Videos sind alle abgedreht, ich habe meine Topform erreicht und jetzt kann ich mal so ein bisschen abschalten. Das mache ich dann im Gym, indem ich gegen den Sandsack trete. Letztens gab es ein kleines Video mit einem Herrn, der deinen Sandsack gestohlen hat. Wie ist der Kampfermann ausgegangen? Ich habe den natürlich kaputt geschlagen, im Nachhinein noch. Also ich war überhaupt nicht beeindruckt von seinen Techniken gewesen. Und das hat man ja auch ganz klar gesehen in dem Video, dass ich überhaupt nicht beeindruckt gewesen bin von dem. Und die Shisha ist echt Hammer hier, Alter. Das ist nicht so eine Direkt-Shisha wie in der Rebel-Launch, Alter. Nein, Spaß. Wenn ich in Stuttgart bin, werde ich auf jeden Fall die Rebel-Launch aufsuchen, um ein bisschen Schutzgeld einzutreiben. Nein, auf jeden Fall, wenn ich in Stuttgart bin, werdet ihr mich in der Rebel-Launch antreffen. Alles klar. Dein Lebensmittelpunkt ist da wirklich von Duisburg nach Düsseldorf gewandert. Vorhin waren wir kurz im Banker-Büro oder davor, haben uns mit deinen Managern sozusagen getroffen, mit deinen Freunden. Ja. Wie schaut es aus? Ist es wirklich so, dass der Lebensmittelpunkt sich dahin mittlerweile sich verschoben hat? Oder bist du mehr in Duisburg noch? Ich bin momentan mehr in Düsseldorf, aber aufgrund der Arbeit, die ich da habe, weil das so das Herz in Düsseldorf läuft, alles. Und deswegen bin ich halt sehr oft da, aber sobald die Promophase beendet ist, okay, dann fängt die Tour an. Dann bin ich auch nicht in Duisburg. Dann bin ich deutschlandweit mit Kollegen unterwegs, King Tour. Ist ja voller Promo-Interview hier, ne? Auf jeden Fall kommt vorbei. Und sonst bin ich immer in Duisburg. Ich bin nach wie vor Duisburger. B-A-D-T, breiter als der Türsteher. Da gab es ja sehr, sehr viele Infos, Gerüchte, Videos, Musikvideos, Anrufe. Was war das beste Plakat, was du bekommen hast? Du hast ja einige Plakate bei dir gepostet, sowas wie Mario Butt, Battlefield, Beavis und Butt-Head, Barcelona, Bud Spencer, Breaking Bad, Butt-Boys und Batman. Das waren einige davon. Ja, da waren echt so viele, die ich gefeiert habe. Wer hat die gemacht? Das haben wir Fans gemacht, ne? Und wir haben die dann kontaktiert und dann haben die uns hier halt ein bisschen besserer Qualität geschickt. Und es war echt Hammer. Das wird echt die Qual der Wahl, am Ende dann den Sieger zu selektieren. Und was ich persönlich richtig gut fand, war Bad Hari fand ich übertrieben. Bad Boys, das war einer der ersten Fotos gewesen. Das fand ich auch. Die waren alle geil so, ne? Ich muss mich da echt am Ende mal hinsetzen und gucken, wer dann der würdige Sieger ist. Ey, was wird der Gewinner bekommen? Der Gewinner... Ähm... Warte, was war das nochmal? Das weiß ich gar nicht, was der Gewinner bekommt. Das macht der Ralle, glaub ich. Okay. Also, ich glaub wir haben das auch schon verkündet, was der Gewinner bekommt. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber es ist auf jeden Fall was geil ist. Alles klar. Banger Musik. Der Fahrrad ist auf die Eins gegangen. Der Casey ist auf die Eins gegangen. Schon seit 12 Wochen. Da muss ich auch auf die Eins gehen, oder? Würde ich sagen, oder? Also mittlerweile denkt man wirklich, dass man da wirklich auf die Eins gehen muss, wenn man da was releast. Stehst du ein bisschen unter Druck? Da gibt's eine Vertragsklausel. Also wenn du nicht auf Eins gehst, dann bist du auch die einstweilige Verfügung, bist du sofort weg, ne? Kein Spaß. Ey, du hast ja in deinem ersten Blog, hat man ja deine Vertragsunterzeichnung gesehen. Da hast du ja einfach den Vertrag unterschrieben, ohne irgendwelche Sachen hier durchzulesen. Glaubst du, das war ein Fehler? Ja, ich glaub, den Banger Musikern kann man da ganz klar vertrauen. Das sind vertrauenswürdige Personen. Man hat ja auch den Blog gesehen, da war keinerlei Verarschung dabei. Also bin ich schon der festen Überzeugung, dass das alles richtig gewesen ist, dass ich da den Vertrag unterzeichnet hab. Was ist da? Der Hashtag? Majo geht eins. Wohland, ein Flair und Jacuzza. Der Hashtag wurde mittlerweile bei Instagram gestern Abend 4400 Mal gepostet. Ach so auch schon? Genau. Guck mal, das war jetzt gerade auch nicht so ernst gemeint. Guck mal, im Endeffekt, das ist mein Debütalbum. Ich hab hohe Erwartungen so, aber wenn ich am Ende nicht auf die Eins gehe, dann ist mir das auch egal, weil allein unsere Vorverkaufszahlen sprengen schon alle Erwartungen, die wir hier hatten. Und wir haben schon jetzt mehr verkauft per Vorverkauf, als wir gedacht haben. Dankeschön an dieser Stelle an die Leute, die sich das schon vorbestellt haben. Meine Fans, ey, wir sind so krass gewachsen. BRDT ist wirklich eine Bewegung und wie gesagt, wenn ich am Ende auf die 2 gehe oder die 3 oder 4 oder 5, alles was Top 10 ist, ist für mich ein mega Erfolg. Und ich bin einfach über jeden dankbar, der mich unterstützt und meine CD kauft. Und wie gesagt, wenn ich am Ende hinter Flair oder Jacuzza gehe, ist mir das auch egal. Ich hab nichts verlieren. Ich glaube eher, dass die Kandidaten eher was zu verlieren haben, weil die schon seit 20, 30 Jahren auf dem Markt sind. Weißt du, was ich meine? Das war jetzt natürlich ein Scherz, bevor wieder irgendjemand schreibt, Maju kann nicht rechnen. Die sind nicht 30, wir wollen die 30 Jahre auf dem Markt sein. Der Junge ist so doof. Ne, mein Freund, du bist doof, weil du die Ironie von nicht verstanden hast. Kann man sehen. Wie du schon gesagt hast, wenn du releasen wirst, ihr seid ja mit dem Hashtag vorangegangen, dass du auf die 1 gehen wirst. Der Kollege hat es gepostet, der Farid komplette Banger Camp und natürlich deine Kollegen noch. Wie viel hat Flair zu verlieren, wenn er hinter dir landet? Und wie werdet ihr das dann sozusagen ausschmücken, wenn du wirklich vor ihm landest oder wenn du wirklich auf der 1 landest? Es kann ja wirklich sein, du hast alle Boxen verkauft. Da gab es ja auch sehr, sehr viel Palabra im Vorne rein, aber das Zeug ist ja fast alles jetzt geklärt worden durch der Management. Guck mal, im Endeffekt ist es auch ein kleiner Zufall gewesen, dass ich mit Flair am gleichen Tag release. War das nicht geplant? Das war nicht geplant gewesen. Wir hatten diesen Tag ausgesucht und komischerweise ist er auch an diesem Tag gekommen. Es ist halt so gekommen und ich habe meine Promophase nicht einmal auf Flair aufgebaut. Ich habe den nicht einmal erwähnt, weil ich einfach die Musik sprechen lassen habe bei diesem Album und mir ist es scheißegal, was danach ist. Weißt du, was ich meine? Ich werde einfach abwarten, auf was für einen Platz ich charten werde und dann scheiß auf, Flair ist mir völlig egal. Der Typ interessiert mich null. Alles klar. Und diese Verkaufsbattles sind ja nicht die negativsten Sachen, weil dadurch natürlich die Fans sehr gut mobilisiert werden und dann wirklich auch etwas einkaufen gehen. Zum Beispiel Kanye West und 50 Cent haben das auch geplant, haben beide am gleichen Tag released und die hatten die Zahlen ihres Lebens an dem Tag. Ja, das Ding ist natürlich, Banger Musik Fans, für die ist das natürlich ein riesen Ansporn. Aber die sollen sich die CD kaufen, nicht um Flair zu ficken, sondern um mich zu supporten, weißt du. Und das machen die auch nicht nur um Flair zu ficken, sondern die haben gesehen, ich habe eine riesen Steigerung gebracht bei meinen Singles. Ich glaube, ich rappe auf einem Level, keine Ahnung, da war ich noch Welten von entfernt, bei meiner letzten CD. Und das sehen die Leute halt, das sieht man auch an den Vorverkäufen. Und wie gesagt, wir haben es nicht nötig, uns auf dieses Verkaufsbattle einzulassen. Also ich lasse einfach die Musik sprechen und das ist mega erfolgreich, gerade alles, was gerade passiert. Was für Features würdest du auf dem Album geben? Die Features sind eigentlich schon alle raus, natürlich das Bergern Camp. Aber gibt es da noch einige Special Features? Kodlo ist mit dabei. Und Kodlo ist ein Rapper, den ich übertrieben feiere. Er macht was ganz anderes als ich, aber ich feiere seine Musik übertrieben an dieser Stelle. Schöne Grüße an Kodlo und das Lied, was wir zusammen gemacht haben, ist ein richtig krasser Song geworden. Da bin ich sehr gespannt. Und Kollege natürlich nicht zu vergessen, auch nicht im Banger Camp. Ja, okay, den sehe ich schon fast, als ob er auch, der gehört irgendwie auch zum Banger Camp. Und der Kollege ist natürlich am meisten vertreten als Feature-Gast. Wie oft ist er vertreten? Eins, zwei, drei Mal. Ja, drei Mal ist er vertreten, ja. Alles klar. Bei deinem letzten Album, oder bei deinem letzten Album mit Yasko, wart ihr dafür bekannt, dass ihr Leute gedisst habt. Wer wird auf diesem Album gedisst? Das ist dein erstes Solo-Ding. Hast du es wirklich diesmal auch so ein bisschen auf das Dissen aufgebaut, auf das Banger-Ding? Oder ist das eher so ein persönliches Ding geworden? Wobei, an deinen Videos sieht man ja, in welche Richtung es geht. Das Album ist knallhart. Es werden Leute gedisst, mit denen ich jetzt kein ernsthaftes Problem habe, die ich einfach halt nur auf Rap-Ebene gedisst habe. Und das ist jetzt keine Sache, wo ich sage, boah, ey, ich muss den jetzt unbedingt ficken. So, wenn die ein Problem haben können, die sich auch gerne vor mich stellen, dann ist es auch kein Problem, die Sache zu klären. Egal, ob verbal oder körperlich. Und wie gesagt, ich habe die Frage vergessen. Der wird alles gedisst. Der wird gedisst. Es werden viele Rapper gedisst, aber jetzt auch nur, wie gesagt, sportlich werden die gedisst. Und das ist jetzt nicht, das Album ist überhaupt nicht auf Disses aufgebaut, gar nicht. Das ist, wie gesagt, ein sehr musikalisches, hartes Album. Und damit kann sich wirklich jeder identifizieren, ob es Frauen sind, ob es Leute sind, die gerne ins Fitnesscenter gehen. Auch einfach ganz normale Leute aus dem Leben heraus, das ist einfach pure Motivationsmusik. Breiter als der Türsteher ist nicht nur für Leute, nicht nur für Leute, die ins Fitnessstudio gehen, sondern wirklich für jeden ist da was bei. Und das ist echt eine musikalische Glanzleistung. Ich weiß, das sagt jeder Rapper bei seinem Album. Diese CD ist das krasseste Ding, was es jemals auf dem Markt gegeben wird. Aber nein, ich kann euch bestätigen, breiter als der Türsteher, das wird echt ein Klassiker mit der Zeit. Und das können die Leute einfach nicht abstreiten. Ob ihr mich mögt, ob ihr mich hasst, das ist scheißegal. Wenn ihr euch die CD anhört, dann werdet ihr feststellen, der Junge hat das musikalisch einfach drauf. Punkt. Vor einem Jahr, das war ja wirklich noch die Zeit, wo du, da haben wir ein Interview gemacht, das war in Bad Oeynhausen irgendwo. Kannst du mir neue Kohle bringen? Dankeschön. Genau, also Bad Oeynhausen natürlich. Bad Oeynhausen passt. Die legendäre Stadt. Da haben wir ein Interview geführt, das war kurz vor eurem Tapen mit Jasko. Und das waren auch die ersten Club-Shows mit Kollegen. Also da ist es gerade so zustande gekommen, dass ihr zu einem aufgetreten seid. Hättest du vor, wie viele Monate sind das jetzt, acht, neun Monaten oder knapp vor einem Jahr, hättest du gedacht, dass das jetzt hier landen wird? Also, dass du jetzt wirklich so weit kommst, so an der Eins kratzt, so ein Banger-Signing bist, was wirklich durch die Decke geht? Ich hätte niemals gedacht, Alter, dass ich in einem Jahr in dieser Shisha-Bar hier sitzen werde. Also das ist echt, das hat komplett meine Erwartungen gesprengt so, Alter. Ich bin auch mega froh, Alter, dass ich gerade hier auf diesen Lederbezogenen sitzen, sitzen darf, Alter. Mit der Lederjacke? Mit der Lederjacke. Von Hugo Boss oder? Von Hugo Boss, genau. Und das ist echt ein Erfolg, Alter. Kaffee mit Milch, ey. Ich muss kurz in mich kehren. Das ist echt heftig, Alter. Ein kleines Stoßgebet. Nein, Spaß beiseite. Dass es so krass bergauf geht, also in dieser Geschwindigkeit hätte ich nicht gedacht. Es hat sich alles krasser entwickelt, als ich jemals gedacht hätte. Ich habe mich immer in dieser Position gesehen. Ich hätte natürlich gedacht, dass es nicht so schnell geht. Jetzt ist es halt passiert. Was sollen wir machen, ne? Weiter machen. Durch die Kollegakulabo kamen sehr, sehr viele Megahits zustande. Also YouTube Megahits. Was ist denn los mit dir? Das hat jetzt knapp 8 Millionen Klicks. Ich war jetzt auch gerade im Urlaub gewesen, irgendwo im Arsch der Welt in Europa. Das hört man echt überall, ne? Das hört man überall. Da werden irgendwelchen gefälschten Läden, wo gefälschte Klamotten verkauft werden, Shirts mit, was ist denn los mit dir verkauft und sowas. Wie findet ihr das? Er muss mal die Adressen sagen, damit wir die anzeigen können und noch ein bisschen Geld machen nebenbei. Ob ihr die Leute dann in Bulgarien greifen könnt. Was bezweifelt. Aber wie findest du das, dass du durch die Stadt läufst oder irgendwelche Clubs tourst, auch europaweit in letzter Zeit bei euch? Wie fandest du das? Es war geil gewesen, sehr stressig, weil die Leute sind da der übelste Alkoholkonsum, weißt du? Und dann sind die Leute, das sind coole Leute, aber mit Alkohol sind die schon ein bisschen belästigend. Das ist ja alle auf Hektik, natürlich alle freundlich so, aber es ist sehr anstrengend, dieses ganze hin und her fliegen. Meistens ist das auch, dass du schon sehr früh fliegst und dann dieses ganze hin und her reisen, dann auch meistens früher Rückflug und so. Aber war geil, Alter, ne? Das letzte Jahr war echt viel los gewesen und ich hab's genossen, ne? Weil ich hab immer mehr gesehen, desto mehr du unterwegs bist, desto mehr ist auch der Hype gestiegen. Was ist denn los mit dir war, glaub ich, der Megahit in diesem Jahr. Das ist ein Begriff für jeden, Alter, ich hör's überall. Letztens sogar bei Alles, was zählt oder Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, weiß ich nicht. Da hat mir jemand so ein kleines Video geschickt, da sagen die wortwörtlich, was ist denn los mit dir? Und dann sagt die andere Person, was ist denn los mit dir? Genau in unserer Dings, weißt du? Das ist echt, das ist geil, Alter. Der zweite Megahit, der jetzt auch knapp 7,5 Millionen Klicks hat, ist vom Salatschrumpf der Bizeps. Also wie schaut's da aus? Also wie ist der Salatkonsum und wie ist der Staykonsum bei dir? Ja, der Salatkonsum geht natürlich auf Null und Salat wird komplett vermieden. Ab und zu mal, wenn ich in ein T-Shirt reinpassen muss... Oder dann wirklich nicht mehr durch die Türen durchpasst. Die Tür war jetzt nicht grad die breiteste, da musst du seitlich durchgehen. Genau, dann nehm ich mal ein Salatblatt zu mir und das reicht dann aber auch, ne? Von Salatschrumpf der Bizeps ist natürlich auch krass durch die Decke gegangen, wie eine Bohrmaschine. Und ja, aber das reicht jetzt auch mit Comedy, so weißt du? Jetzt heißt es Breiter als der Türsteher und jetzt wird's richtig ernst, Alter. Weil auf dem Album gibt's kein Comedy mehr, weil dann ist wirklich Schluss mit lustig. Breiter als der Türsteher ist, knallhart. Das sind Sachen, die gehen in die diepere Schiene rein. Aber dann ist das auch wirklich Real Talk oder es ist Motivationsmoke, weißt du? Bevor wir zu dem Butt Album kommen, gab's ja noch eine Single von euch beiden, die ihr auf dem Schiff gedreht habt. Das hat mit Hip Hop nichts zu tun. Ist ja so ein halber, cool Savasch-Diss gewesen, so ein halber. Ja, das war nicht mal ein Diss so, ne? Eine Hommage. Ja, genau. Richtig. Wie kam es dazu, dass ihr wirklich den Satz benutzt habt und dann gab's ja auch eine Reaktion von, ich weiß nicht, ob es eine Reaktion war. Savasch hat einen Song gedroppt, das Matrix-Ding, weil so halb, also man hätte es so auffassen können, dass es auf Kollegah so gerichtet ist. Und dann gab's ja dieses Ding mit der Katze, wo er da etwas mit den Sachen nachgesprochen hat. Wie fandst du die ganze Sache und wie fandst du den Track? Wo habt ihr den eigentlich gedreht? Wir haben den in Spanien gedreht, auf Malle und für die ganzen Ausländer. Das heißt auf Malle und nicht in Malle, weil Malle ist eine Insel, okay? Jetzt wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall. Ja, das haben wir in Spanien gedreht. Wolltest du jetzt noch ein Statement zu dem Katzending? Genau, zum Katzending zum Beispiel. Ja, ich war mit Kollegah zusammen gewesen, als wir das gedreht haben. Und das war halt auch Spaß, ne? Weil am Anfang habe ich verstanden, blaue Katze, rote Katze und der Kollegah auch. Und dann haben wir uns halt einen Scherz erlaubt. Und ja, was willst du jetzt genau von mir wissen? Gab's das zum Beispiel ein öffentliches Statement? Aber dass man vielleicht hinter den Kulissen mal miteinander gesprochen hat. Weil es ist ja nicht so, dass ihr euch gegenseitig irgendwie gefickt habt oder so. Das ist ja eher auf musikalischer Ebene alles gewesen. Also hat man sich da mal kurz geschlossen, sodass man das wirklich jetzt nicht so auf die Schiene sehen soll, dass man den anderen wünschen will. Ja, genau. Also ich habe mit Savas null Kontakt. Kollegah hat auch null Kontakt. Wenn ihr wollt, kann ich jetzt auch kurz Partei ergreifen. Auch wenn die Leute jetzt wieder haten, kaum macht. Ich habe eh nichts besseres zu tun, außer da drunter zu schreiben. Wisst ihr was? Für mich ist Kollegah eindeutig der bessere Rapper. Nicht nur, weil er mein Bruder ist. Für mich ist er rapptechnisch einfach meilenweit über cool, Savas. Ist mir scheißegal, was ihr darüber denkt. Und ja, das ist meine Meinung zu der ganzen Sache. Er wird zur nächsten Zeit mehrere oder noch einen Track geben, der in die Richtung von dem Halb-Comedy-Ding oder Party-Ding geht. Weil die Sachen sind ja wirklich extrem abgegangen. Sachen sind extrem abgegangen. Aber wie gesagt, daran sieht man, dass wir nicht erfolgsorientiert arbeiten, sondern wirklich das machen, was wir machen wollen. Und das war es jetzt auch. Wir könnten jetzt natürlich, die Sachen sind alle durch die Decke gegangen, die wir gemacht haben. Das war auch ein Experiment. Das hätte ja auch schief gehen können, oder? Genau. Das war nicht mal ein Experiment. Das war einfach aus dem Spaß heraus haben wir das gemacht. Und wir haben es einfach aufgenommen im Studio, als wir nichts zu tun hatten. Den Song, den haben wir in fünf Minuten runtergeschrieben. Da haben wir uns nichts bei gedacht. Und haben es einfach verfilmt und rausgehauen. Und das war ein mega Erfolg. Wir könnten jetzt auch hingehen, Kollegah und ich, und so ein ganzes Album so machen. Und das wird 100% durch die Decke gehen. Aber machen wir nicht, weil wir das einfach nur aus dem Spaß heraus gemacht haben. Und wie gesagt, jetzt ist vorbei mit Comedy. Jetzt ist breiter als der Türsteher angesagt. Und da ist wirklich Schluss mit lustig. So weißt du? Jetzt habt ihr nochmal ein paar Comedy-Songs gehabt. Und die werden ja noch eine ganze Zeit bei YouTube sein. Und dann könnt ihr euch das nochmal anhören, wenn ihr wollt. Aber jetzt wird erstmal nichts Neues kommen. Alles klar. In diese Richtung. Marjo, du warst auf der Band-Tour. Du warst auf extrem vielen Club-Shows. Ich glaube, das waren jetzt knapp 50 bis 100 Stück. Du warst auf Mallorca. Wie man so schön sagt. Ja. Du warst auf vielen Festivals. Auch auf Fame-Festivals. Letztens auf den View-Days. Und du warst auf den Splash. Wo hast du das coolste Erlebnis gehabt? Und welche Auftrittsart fandst du am coolsten? Weil du bist ja wirklich einer der wenigen Rapper, der jetzt wirklich alles durchgemacht hat. Von der Tour über irgendwelche Club-Auftritte. in Partygebieten bis zu fetten Festivals. Ich feiere alles eigentlich. An Live-Konzerten. Weil da hat man endlich so die Möglichkeit, die Fans persönlich zu treffen, weißt du. Und ich habe immer wieder coole Erfahrungen gemacht. Wenn ich Fans getroffen habe, wenn die dir zuflüstern, was sie schon alles von dir kennenlernen. Die kennen deine ganzen Textpassagen auswendig. Und das ist für mich so das coolste Erlebnis, weißt du. Mit den Fans in Kontakt zu treten. Und ich feiere sowohl Auftritte auf Natur, also richtige Konzerte, sowie auch Club-Auftritte. Und wie gesagt, das coolste ist einfach, die Fans persönlich zu treffen. Wie wurdet ihr auf dem Splash empfangen? Die haben uns cool aufgenommen. Also habe ich auch gedacht, am Anfang Splash. Aber waren auch richtig coole Leute gewesen beim Splash. Ich habe mich echt positiv überrascht. Die Leute auf dem Splash haben uns übelst gefeiert. Und die sind richtig abgegangen. Als das denn los mit dir gespielt wurde, ist die Crowd richtig abgegangen. Hin und her sind sogar ein paar umgefallen. Und es war richtig geile Stimmung. Also hätte ich nicht erwartet. Also Splash war übertrieben. Die Banger, nächstes Jahr auf dem Splash. Mit Farid, Casey. Wie schaut es aus? Gerne, wenn ihr uns bucht. Wir sind auf jeden Fall am Start. Wer ist der Beste von den Banger? Du hast in letzter Zeit sehr viele Forts gepostet. Im FIFA. Genau. Gut die Kurve gekriegt. Bei FIFA bin ich natürlich der Beste. Nicht der Jasko? Ja, der Jasko ist auch gut. Aber der ist nicht besser als ich. Und Farid ist auch meilenweit davon entfernt, besser zu sein als ich. Alles klar. Und Casey ist auch gut. Er kann so gute Distanz-Tore machen. Aber gegen mich, das ist nicht möglich zu gewinnen. Auch die ganzen Instagram-Posts, wo ich dann schreibe, ich habe verloren. Das hat der Farid. Ich habe mein Handy da hier so liegen lassen. Ich hatte keine Tastensperre. Und dann hat der einfach selber gepostet. Wer wird denn der neue Banger? Ich habe vorhin mit deinem Manager nochmal gesprochen. Weißt du das schon? Ich weiß es. Ich darf es leider noch nicht sagen. Nach deinem Release dann? Oder wann wird es Preis gegeben? Ich denke mal nach meinem Release wird es dann Preis gegeben. Ist das neue Signing auf deinem Album drauf? Ja. Das neue Signing ist auf meinem Album drauf. Kommen wir zur nächsten Frage. Jasko. Von ihm hat man in letzter Zeit sehr viele Trainingsfotos gesehen, dass er auch bei McFit jetzt dran ist. Weil bei Banger darf man sich glaube ich nicht gehen lassen. Da muss man wirklich dann zum Pumpen gehen. Schön seine Eiweißshakes zu sich nehmen. Wie schaut es da aus? Wird es vom Jasko ein Soloalbum geben, wie bei dir? Oder wird es da wieder eine Kollabo geben? Was denkst du? Der Jasko ist am Schreiben fleißig. Kollabo ist erstmal jetzt nicht geplant. Aber der Jasko ist gerade an seinen eigenen Projekten am Arbeiten. Und er ist auch fleißig am Trainieren, wie man es gesehen hat. Und macht auch sehr gute Fortschritte. Ich habe denen auch gesagt, komm Jasko, jetzt geh mal richtig ran. Weil der Jasko hat eigentlich genetisch eine super Veranlagung, um einen guten Körper zu haben. Das sieht man an seinem Bruder. Du meinst vor allem ja, dass der Bruder dein Trainingspartner war? Genau. Der Keno, Duisburg. Schöne Grüße. Erstmal an dieser Stelle. Und Keno war mein Trainingspartner. Jahrelang. Wir haben zusammen mit Fitness angefangen. Da war der noch ein ganz junger Spund gewesen. Und ich war schon ein bisschen älter. Und wir haben immer zusammen durchgezogen. Irgendwann hat er angefangen zu arbeiten. Und dann hat er nicht mehr so viel Bock gehabt. Und jetzt ist er auch wieder dabei. Und Jasko, streng dich an. Wenn der Jasko richtig durchzieht, dann ist er bald auch breiter als der Türsteher. Alles klar. B-A-D-T. Die Blogs. Du hast bis dato sechs Blogs gepostet. Im ersten Blog hat man ein Meeting gesehen. Laufen so die Banger-Meetings ab? Was bespricht ihr da? Ja, die Meetings laufen nicht so ab wie in den Blogs. Es gibt auch nicht so wirklich Meetings, wie man die da sieht. Sondern wir sitzen in einer gemütlichen Runde mal. Vielleicht wenn das Album fertig ist. Dann hören wir uns das zusammen an. Aber einfach nur gemeinschaftlich, um das ganze Projekt dann nochmal wirken zu lassen. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt... Musikalisch spricht mir da keiner ein. Das sagt mir auch keiner, du musst das jetzt so machen, du musst das jetzt so machen. Ganz am Anfang war das vielleicht noch ein bisschen so, dass der Fahrrad mal gesagt hat, ja komm, die Zeile würde ich nicht so bringen. Aber jetzt habe ich mich musikalisch so entwickelt, dass ich mein Ding komplett alleine durchziehen kann. Ich habe mir am Anfang Ratschläge eingeholt von Kollegah und Farid. Da haben die mir noch so ein paar Tipps gegeben. Kollegah hat mir, das habe ich aber auch schon zigmal in Interviews gesagt. Und wie gesagt, musikalisch bin ich da mein eigener Chef. Im zweiten Blog habe ich gesehen, dass du dich entwässert hast. Also was ist jetzt nochmal genau eine Entwässerung? Du hast da Wasser getrunken, wie läuft das genau ab? Weil da habe ich wirklich in dem Blog sehr viele Posts gelesen, so von wegen, ey, wie entwässern? Er dreht doch Wasser. Was ist das genau? Ja, das ist eine ganz normale Entwässerung. Die machen Bodybuilder. Du trinkst ganz normal während der Low Carb Phase. Am Ende hast du eine No Carb Phase, wo du gar keine Kohlenhydrate mehr zu dir nimmst. Und die letzten acht Tage laufen dann folgendermaßen ab. Das kennen die Bodybuilder für die Fans, die mal vielleicht ein cooles Fotoshooting machen wollen. Ihr trinkt die letzten, also das läuft acht Tage lang, so eine Entwässerung. Fünf Tage lang trinkt ihr acht Liter Wasser. Das ist sehr hart. Also ich habe mich richtig gequält. Und du trainierst normal weiter. Und am sechsten Tag trinkst du nur noch drei Liter Wasser. Am siebten Tag trinkst du nur noch 0,5 Liter Wasser. Und am achten Tag trinkst du gar nichts mehr. Quasi du verarschst deinen Körper. Dein Körper ist eine Wasserzufuhr von acht Litern gewohnt. Und dann gibst du dir nur noch drei Liter. Aber der Körper denkt immer noch, dass er acht Liter kriegt. Und wenn du 0,5 Liter Wasser trinkst, ist er immer noch diesen hohen Wasserzufuhr gewohnt. Und du verarschst quasi deinen Körper. Das sorgt dafür, dass der Körper am Ende dehydriert. Und am Ende ist das Ganze, du pinkelst halt bei 0,5 Liter Wasser immer noch die gleiche, ähnliche Menge, wie du bei acht Liter pinkelst. Und dann geht halt dein ganzes Wasser aus den Muskeln raus. Und dann siehst du halt am Ende so aus wie ich beim Musterspieger so. Und wurden dann auch die Covershootings gemacht nach der Entwässerung? Genau, richtig. Nach dem Entwässern wurden dann auch die Covershootings gemacht. Alles klar. Im Drinnenblock habe ich etwas Street-Comedy-mäßiges gesehen. Natürlich, was du auch im Vornherein schon mit Kollegen öfter mal gemacht hast. Warst du mit den 50 Euro von dem Dieb angestellt? War das nachgestellt oder war das wirklich einer, der was geklaut hat? Das war wirklich einer, der geklaut hat. Aber ich habe ihnen das später wiedergegeben. Ich sagte, komm, hör auf mit der Klauerei, da das nicht gut. Aber ich ziehe doch keine Leute ab. Ich habe es ja nicht nötig, 50 Euro abzuziehen. Und ihr auch nicht. Im vierten Block hat man dich im Studio gesehen. Sorry, dass ich das jetzt sage, aber das war der langweiligste Block. Natürlich, wie es so einige Rapper öfter mal im Studio machen. Wer hat für dich produziert? War das wirklich nur der Judy? Judy, Jawsness, Qbeats und Rook haben produziert. Aber zum größten Teil haben Judy und Jawsness produziert. Beat-technisch ist das Album auch richtig krass, Alter. Also vom Sound her, das Snippet müsstet ihr jetzt gehört haben. Weil es kommt heute raus, wo wir gerade das Interview führen. Und ich glaube, das wird echt ein krasses Ding. Aber lasst es. Ich will jetzt auch gar nicht alle sagen, hier, kauft der beste Album, fick jeden Rapper und so. Hört es euch selber an und bewertet es neutral. Der Link ist unten in der Beschreibung, meine Freunde. Die Bewerbung, die du abgeschickt hast, beziehungsweise bist du ja hingegangen und hast dich persönlich beworben. Die bei McFit, wurde die wirklich angenommen? Wurdest du angenommen in Düsseldorf? Ich wurde wirklich angenommen. Also McFit wollte mich als Trainer haben. Aber ich habe es dann am Ende selbst abgesagt, weil ich wollte, dass sie die Türen vergrößern. Weil ich nicht jedes Mal wollte, wenn ich zur Arbeit komme, dass ich da immer seitlich durchgehen muss. Da habe ich halt gesagt, komm, entweder Türen vergrößern und das alles für mich anpassen, damit ich auch für sieben Kilo Muskelmasse Wachstum garantieren kann. Aber die wollten nicht die Türen vergrößern, dafür hat deren Budget nicht ausgereicht. Da habe ich gesagt, ja komm, dann können wir uns leider nicht einig werden. Und dann hat es am Ende doch nicht geklappt. Außerdem hast du dich noch als Fahrkartenkontrolleur, Sicherheitsdienstler, Tankwart. Und also das waren halt einige Sachen, wo du dich beworben hast. Was wäre für dich das coolste, wo du mal einen Abstecher machen könntest? Ja, also von den Sachen, die du gerade genannt hast, wäre für mich der Fahrkartenkontrolleur am coolsten. Weil da hast du eine gewisse Machtposition, kannst Leute aus der Bahn schmeißen, und du kannst den Leuten Ansagen machen und das kommt ja ganz gut bei mir. Alles klar, das passt. Ey, du hast ja wirklich einen Anzug gesucht und hast da wirklich keinen gefunden? Oder habt ihr jetzt mittlerweile irgendeinen Anzug gefunden? Ey, das war wirklich nicht gestellt, das war ja versteckte Kamera. Ne, ne, das hat man ja wirklich abgenommen. Alter, mir hat wirklich keinen Anzug gepasst. Also wir haben einfach, komm, drauf los, haben wir einen Anzug gesucht, aber es hat wirklich keinen Anzug gepasst. Und ich brauche jetzt wirklich keinen, äh, ich brauche jetzt wirklich bald einen Anzug, Alter. Und ich weiß jetzt echt nicht, Alter, wo ich einen Anzug finden soll. Also wenn ihr irgendwie jemanden kennt, der gute Anzüge macht für krass gebaute Leute wie mich, schreibt's in den Kommentaren. Bruder, hau rein. Wir sehen uns, ja? Bis später. Äh, schreibt's in den Kommentaren, vielleicht, äh, finde ich halt so noch einen Anzug. Wann kommt das Interview? Ey, das kommt in den nächsten Tagen raus. Also heute müsste der Freitag sein. Genau, ich brauche dringend einen Anzug, Alter. Schreibt mal ein bisschen was in den Kommentaren. Alles klar. Studentenausweis, was hat's da mit Aufsicht? Studierst du wirklich? So wie der Kollege? Wobei, studiert der überhaupt noch? Ja, der hat's ja auch nicht mehr nötig im Moment zu studieren. Denn er verdient so Unmengen an Geld. Aber ich glaube schon, dass er das irgendwann, äh, abschließen will. Nur für sich selbst. Und so sieht's auch bei mir aus. Ich hab auch angefangen zu studieren. Was ich studiert hab, ist scheißegal. Und, äh, ähm, ich hab's auch noch nicht abgeschlossen. Ich bin aber schon sehr weit. Und irgendwann werde ich, ähm, das auch abschließen an dieser Stelle. Äh, schönen Gruß an meine Kommilitonen. Wie waren die Professoren? Ja, meine Professoren kennen mich nicht persönlich, weil da sind immer 400-500 Leute im Hörsaal. Aber wenn, äh, die Mitstudenten das sehen, wisst ihr, Majo hat's geschafft, auch ohne Studium fertig zu machen. Ja. Alles klar. Ist das schon mal passiert? Naja, das ist noch nicht passiert. Äh, aber, ähm, früher, als ich jünger war, und vielleicht noch nicht so bekannt war, da hab ich schon ein bisschen Probleme gehabt, in die Diskotheken reinzukommen. Versteh ich auch voll und ganz, Alter, wenn da so ein aufgepumpter Typ ankommt, wie ich, mit kurzer Schnitt, dann, äh, wirkt das schon ein bisschen Respekt einflößend. Dann liegt es meistens auch nicht an den Türstehern selbst, dass sie einen nicht reinlassen wollen, sondern das ist eine Anweisung von dem Chef. Auch an die Leute, die immer denken, die Türsteher sind, äh, ausländerfeindlich. Meistens sind's ja Ausländer, die Türsteher. Das ist immer eine Anweisung von den Chefs und die, äh, arbeiten da auch ganz normal, da haben die keine Mitspracherecht. Wenn der Chef sagt, äh, bitte den Ausländeranteil ein bisschen gering halten, dann liegt es nicht an den Türsteher. Also seid nicht immer den Türsteher böse, auch wenn ich breiter als der Türsteher bin. Oder werdet einfach breiter als der Türsteher und klatscht den weg. Genau. So schaut's aus. Äh, deine erste Videoauskopplung. Nur der Tod kann mich stoppen. Da gab's ja einige Sachen drin, die in einigen Medien breitgetreten wurden. Erstens, das war so ein Kriegsding. Das zweite Ding war, du hast die tamilische Flagge gehisst. Da gab's ja irgendwie solche Sprüche wie verbotene Flagge und sowas. Was hat damit auf sich? Ja, die, äh, Tamil Tigers ist ja die, äh, Kriegsorganisation von den Tamilen. Und, äh, die standen mal auf der schwarzen Liste. Okay. Und, äh, die Fahne darfst du eigentlich nicht heben, aber ich stehe dazu. Und, äh, dazu würde ich auch gar nicht mehr sagen. Alles klar. Ja. Und im letzten Interview sind wir ein bisschen tiefer drauf eingegangen, was Tamilen sind und sowas. Genau. Ja, außerdem hast du in dem Video Alligator gedisst. Mit einem kurzen Seitenhieb. Ja. Da war auch ein Spruch über Animus irgendwie, so ein Vergleich mit Animus, also der Schwarzenegger Animus. Genau. So, hast du da wirklich auf Animus abgezielt oder was war das? Hat es dich da nur gerämt in dem Moment? Das war einfach eine mega Punchline, ne? Da hab ich gedacht, komm, Alter, die muss ich bringen. So, man hat halt sehr Animus darunter leiden müssen. Passiert, ne? Okay. Da stehe ich auch voll hinter. Das war jetzt nicht voll. Ich hasse den Typen jetzt nicht oder so. Aber der ist mir auch egal eigentlich. Und, ähm, wenn er ein Problem hat, damit können wir das auch gerne klären. Ich bin, also jetzt, wenn er ein Problem damit hat, weiß ich bin in Duisburg, komm vorbei. Klären wir das. Ich glaub, ey, das ist ein Vergleich bei uns. Das war einfach, äh, 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 das war schon ein Diss, ne? Also schon ein richtiger Diss. Okay. Aber, äh, ich bin jetzt nicht voll darauf aus. Ich hab jetzt nicht voll das Problem mit Animus. Ich will ihn jetzt nicht unbedingt weghauen oder so. Aber wenn er das, wenn er das jetzt, äh, ihn voll getroffen hat und er meint, er muss jetzt irgendwie den, äh, harten Max spielen oder so, dann kann ich das auch. Alles klar. Äh, das nächste Video war Ghetto Superstar. Kennst du das alte Lied, das amerikanische Ghetto Superstar? Ja, klar. Äh, war das darauf, äh, war das eine, wie man so schön sagt, eine Hommage oder ein Cover? Also nur von dem Titel her? Weil der Song ist ja komplett ein anderer. Ja, ne, eigentlich gar nicht. Also das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern, ähm, Ghetto Superstar beschreibt einfach halt nur so ein kleines bisschen meinen Werdegang, so, ne? So, immer... Da war der eine Satz drin, ne? Ich bin der geblieben, der ich immer war. Genau. Ähm, jetzt würde ich mal gerne einen Freund von dir fragen, der vielleicht neben dir sitzt. Ist Marjo der gleich wie damals? Weil in dem Track Ghetto Superstar meint er, ich bin der geblieben, der ich immer war. da ist auf jeden Fall geblieben. Hat er sich in irgendeiner Art und Weise verändert? Er ist breiter geworden. Das war auf jeden Fall. Da haben Sie die Frage euch beantwortet, oder? Ich war immer schon ein bisschen verrückter Typ und ich hänge immer noch mit den gleichen Leuten ab, mit denen ich aufgewachsen bin. Und ich werde mich niemals verändern, Alter. Auch wenn ich am Ende Multimillionär bin. Ich werde immer den gleichen Humor haben. Ich werde immer mit den gleichen Leuten abhängen und ich werde mich niemals verändern. Du hast ein kleines Internetvideo gepostet, wo du die Stadt Duisburg sozusagen beschrieben hast. Da bist du erstmal rumgelaufen, da wurden dir einige Sachen abgefuckt, dein Handy abgefuckt und am Ende standst du da in der Unterhose. Wie abgefuckt ist Duisburg wirklich? Duisburg ist mega abgefuckt. Ich glaube es gibt keine Kriminalitätsrate, die so hoch ist wie in Duisburg, Alter. Aber gestern, ach der ist gar nicht hier. Habe ich gestern noch mit einem Besitzer von hier gesprochen. Duisburg ist schon mega abgefuckt. Aber wenn man hier aufgewachsen ist, fühlt man sich hier wohl. Der Musterschwiegersohn. Wo habt ihr das gedreht und wie ist der Stil des Videos ankommen von dem Track? Das hat mich echt an die amerikanischen Videos um das Jahr 2000 herum so erinnert. So ein bisschen Nelly mäßig. Ja. P. Diddy Style. Ja voll. Also auch so ein bisschen Ja Rule mäßig. Ja. Ja Musa Schwiegersohn haben wir auf Malle gedreht. Okay. Und ja ich feiere den Sound übel. Das ist halt jetzt nicht das, was so den Sound vom Album widerspiegelt, sondern das ist eher ein Lied, das ein bisschen abdriftet vom Album. Aber ansonsten, ich stehe auch voll hinter diesem Song. Ist jetzt halt vielleicht nicht für meine eigentliche Fanbase gedacht. Aber das hat auch viele Leute angesprochen. Viele Leute fanden es cool. Vor allem die Frauen haben es mega gefeiert. Und von daher war das auch ein mega Erfolg. Alles da. B. A. D. T. Das war das letzte Ding, was du released hast. Wobei gestern auch der letzte Track entstanden ist. Wir gleich nochmal zurückkommen. Mit Kollegah und Farid. Wer soll die Frau sein, die ihr gerettet habt? Und ich habe die ganze Story dann nicht so richtig verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir das Ding jetzt zwei, drei Mal reingezogen. So ein bisschen so ein Illuminaten Ding und ihr packt da irgendwelche Leute. Das Video an sich ist einfach halt nur nebenbei eine Story zu dem Song. Also das hat jetzt so direkt nichts miteinander zu tun. Aber in dem Video befreien wir halt eine Frau, die in den Fängen der Illuminaten ist. Und wir retten die quasi so. Und schmieden da einen Plan, rekrutieren Leute, beobachten Leute, die gewisse Fähigkeiten haben. Und bilden dann quasi eine Armee. Und das zeigt auch breiter als der Türsteher ist eine Bewegung. Und wir werden ja immer mehr. Und am Ende marschieren wir mit zahlreichen Leuten in deren Zeremonie da rein. Und schlachten die dann da alle ab. Also hat das keinen tieferen Sinn auf Rap bezogen? Weil sowas hätte ich mir dann irgendwo hergereimt. Nö, gar nicht. Also wir kämpfen da ganz klar gegen die Illuminaten an. Alles klar. Stehlande Faust. Das ist wirklich so ein cleanes Ghetto-Video geworden. So mit coolen Schwenks und sowas haben wir kurz nochmal aus dem Handy angeguckt. Ja. Warum hast du da zum Video gedreht? Ich feiere den Song übertrieben, Alter. Ich finde Stehlande Faust ist einer meiner Lieblingssongs auf dem Album. Weil der geht richtig nach vorne. Und das ist so richtig... Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, BADT ist eine Bewegung. Und meine Fans sind Teil dieser Bewegung. Alle die die CD gekauft haben sind Teil dieser Bewegung. Und dieser Song ist halt so... Keine Ahnung. Das hat irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl bringt dieser Song mit sich. So weißt du. Der geht die ganze Zeit nach vorne. Es gibt da keinen Punkt wo der Song runter geht. Das ist einfach nur marschieren. So weißt du. Und das sieht man ja auch in dem Video wie die ganzen Kids da die ganze Stadt bekleben. Mit diesem Hashtag BADT. Und das ist ein mega Song. Ich feiere den Song tot. Und... Mal gucken wie der ankommt. Alles klar. Du bist bei Kollegahs King Tour mit dabei. Wobei du diesmal kein Backup Rapper bist. Sondern... Du backst Kollegah und er backt dich. Ihr werdet gegenseitig eure Alben vorstellen. Genau. Auf was bist du gefasst bei der Tour? Also... Das Ding ist ja schon fast ausverkauft wie ich gestern gesehen habe. Also komplett in fast jeder Stadt. Es wird riesiges Publikum sein. Es ist natürlich der Fokus auf King. Mega erfolgreiches Album gewesen. Und ich werde auch Songs von meinem Album spielen. Ein paar. Und wir haben auch schon geprobt und so. Das wird eine heftige Show. Die King Tour wird echt alles abreißen. Und die Leute die sich das schon alles vorbestellt haben. Die Tickets. Die können sich auf die krasseste Show gefasst machen. Also wir sind richtig fleißig am Proben. Und wir werden Gas geben. Und wir werden die ganzen Bühnen abreißen. Und wir werden uns freuen, wenn ihr in Hannover seid. Habt ihr noch irgendwas Spezielles geplant bei der Tour? Wird es da noch einen anderen Act geben, der damit auftreten wird? Vielleicht von einer Selfmade-Act oder sowas? Also Special Guest mäßig werden da bestimmt öfters mal Leute, die Stadt nach wohnen, mal dabei sein. Ansonsten lasst euch überraschen. Da wird auf jeden Fall einiges auf euch zukommen. Du hast einige Sachen mit Alberto gemacht. Einmal dieses Rap-Ding auf die Beatbox. Dieses Al Versys. Genau, Al Versys. Und dann noch letztens, wo ihr ein bisschen über das Training geredet habt. Wie läuft es bei dir beim Training zur Zeit? Wie gesagt, ich habe für das Album sehr hart trainiert. Wie ihr das auf dem Cover sehen konntet. Wie ihr das beim Musterschwiegers. Nur der Tod kann mich stoppen. Ich habe da echt hart für trainiert. Und jetzt habe ich mir mal wirklich eine kleine Pause gegönnt. Die Körper braucht ja auch mal ein bisschen Regeneration. Ein bisschen Ruhephasen. Und bei mir geht es wieder los. Zwei Wochen. Ich trainiere nicht nur in der Album-Phase, sondern ich trainiere auch für mich. Das ist eine Lebenseinstellung. Die Leute, die trainieren, wissen das. Man trainiert nicht für irgendwelche Frauen. Man trainiert nicht nur, um in der Disco gut auszusehen. Sondern man macht es am Ende auch einfach für sich. Um mit sich selbst zufrieden zu sein. Und ich fange jetzt auch wieder bald an. Wie gesagt, einen Monat musste ich so ein bisschen mal wieder abschalten. Weil das ist echt hart gewesen mit der Diät. Und die Leute wissen das auch. Und du bist jetzt in der Album-Promo. Genau, ich bin jetzt in der Promophase. Leute, die auf die Bühne gehen, die wissen das auch. Nach dem Fotoshooting oder wenn die auf der Bühne waren. Dann ist ja auch erstmal Ruhe angesagt. Und dann gebe ich wieder Gas. Und ansonsten Training. Ich mache jetzt ein bisschen Kickboxen nebenbei. So ein bisschen den Kopf freizuschalten. Und dann fange ich auch wieder bald an. Wieder Gas zu geben. In letzter Zeit gab es einen Post von Flair. Beziehungsweise ein Interview geführt. Wo er gesagt hat, dass er die Leute zur Rechenschaft ziehen möchte. Die bei ihm einen Hausbesuch abgestattet haben. Also wie hast du das aufgefasst? Und was denkst du, was da kommen wird oder was da kommen kann? Wie gesagt, Flair ist für mich kein Thema. Der ist mir völlig egal. Er interessiert mich nicht. Und ich will mal sehen, wie er mich da zur Rechenschaft ziehen möchte. Bin ich echt gespannt, Alter. Er kommt vorbei, Alter. Alles klar. Und noch ein ganz kleines Ding. G-Hard hat ja auch gesagt, in einem Track sei man nicht so frech. Und du gehst mir bis zu den Knien oder so ein Ding. Habt ihr da zurückgeschossen? Hast du den Track gehört? Ich hab den Track nicht gehört. Ich hab's gehört von Kollegen. Aber ich hab's mir nicht angehört. Aber G-Hard ist auch so ein Typ, Alter. Den kann ich überhaupt nicht ernst nehmen. Er hatte irgend so ein Typ, Alter, der vergessen hat, dass Solarien existieren. Auf der Welt. Irgend so ein langer Lulatsch, Alter. Ich glaub, der trägt eine Brille, ne? Kann sein. Ich weiß nicht. Weißt du auch nicht, ne? Ja, auf jeden Fall. G-Hard ist mir scheißegal, Alter. Was will der Spasti, Alter? Scheiß auf dich, scheiß auf Maskulin, Alter. Haben wir's jetzt nochmal erwähnt. Ich wollte eigentlich nichts zu den Leuten sagen, aber ihr seid einfach für mich unterste Schublade und ihr interessiert mich auch nicht. Und, äh, pff, scheiß auf die einfach, ne? Alles klar. Also, wie gesagt, ich hab mein Album überhaupt nicht musikalisch auf die aufgebaut, weil ich es überhaupt nicht mehr nötig hab. Ich hab musikalisch ein krasses Album gebracht, auch ohne zu dissen. Und, ähm, wie gesagt, ich scheiß einfach auf euch. Alles klar. Dann beenden wir mal das Weave oder Dis-Thema mit dem swaggigsten Jungen. Grüße an Moneyboy auf jeden Fall. Ähm, er ist nicht nur breiter als der Türsteher, er ist nur breiter als die Tür, hat er in deinem Track gesagt. Ah, hat er das gesagt? Hat er gesagt. Wann wurde das gepostet? Gestern, vorgestern oder vor einigen Tagen? Wird's doch mal ein Feature geben, wie bei Casey und Moneyboy? Mit dir und ihm. Nee, Mann, Moneyboy ist auch so ein Thema, Alter. Ich glaub, das geht den Leuten mega auf den Sack, wenn man über Moneyboy redet. Wart ihr den Tag da, wo er auf die Fresse bekommen hat beim Flash? Ja, wir waren auch da gewesen. Okay. Und wie hat's da ausgeschaut? Ja, Moneyboy ist halt ein... Der kam zu mir und hat gesagt, warum warst du nie da gewesen für mich? Ich hab gesagt, was laberst du? Der hat gesagt, ich hatte nie einen Vater gehabt. Was? Ja, ja, ja. Hat er zu mir gesagt. Moneyboy ist ein Typ, den kann man einfach nicht ernst nehmen. Und ich wünsche ihm auch viel Erfolg bei dem, was er macht. Und wir haben ja bei Cases Album auch unseren Senf dazugegeben. Und damit ist das auch beendet. Ich glaub, die Leute haben keinen Bock auf Moneyboy-Bespräche. Aber grad der Ersatz, der ist bei mir jetzt kompensiert. Wie, du warst nicht da für mich so Vater-mäßig? Ja, ja, der meinte so als Vater-Ersatz. Schöne Grüße am Moneyboy. Schöne Grüße. Ihr wisst alle Bescheid. Die Box ist ausverkauft. Ich will jetzt nicht sagen, leider ausverkauft. Leider viele Leute, die das Ding vielleicht noch kaufen wollen, aber im Laden wird's die dann vielleicht noch geben, wenn man früh genug dann bei Mediamarkt oder Saturn sein wird? Ja, die Box ist ausverkauft bei Amazon. Im Laden wird's noch einige Exemplare geben. Aber ich hab auch schon gehört, die sind alle vorbestellt zum größten Teil. Also für die Leute, die die Box nicht frühzeitig bestellt haben, tut mir wirklich leid. Also schlagt nochmal zu per Amazon Standard Edition. Da ist auch die DVD dabei. Bei iTunes sind alle Tracks plus Instrumentals mit dabei. Da könnt ihr euch das alles kaufen. Wie gesagt, vergisst das Gewinnspiel nicht. Bei iTunes ist ein Bonustrack mit dabei. Und das ist Featuring euch alle. Und da könnt ihr, wie gesagt, ich hab da eine Zeile vorgelegt. Das läuft über zwei Parts plus Refrain. Und ihr füllt die mit euren Zeilen. Und wie gesagt, der Beste, den ich auch persönlich aussuchen werde, wird dieses Ding gewinnen und landet dann auf dem Banger Channel. Ein Track auf dem Banger Channel, das ist ja schon mal mega so. Und wie gesagt, mit Kaufbestätigung plus Foto an gewinnspiel-at-bangermusik.de euren Track dann einschicken. Und gebt bitte Gas. Ich möchte Spaß haben beim Anhören und möchte dabei lachen. Alles klar. Majo, deine letzten Worte an deine Hörer, Fans, Supporter, Hater. Ja. Was musst du ihnen sagen? Wie gesagt, ein riesen Dankeschön an meine Fans, die sich die ganzen Boxen bestellt haben, die sich bei iTunes bestellt haben, die sich überhaupt was von mir bestellen, die sich bei Instagram und Facebook für mich einsetzen, die krasse Werbung machen und mich supporten. Ich danke euch vom ganzen Herzen. Ihr seid auf jeden Fall Teil dieser Bewegung. Und auch an die Leute, die sich das Album dann im Laden letztendlich kaufen werden. Das sind wahrscheinlich die meisten. Ich danke euch schon mal im Voraus. Und wie gesagt, Breiter als der Tisch, der ist wirklich ein krasses Album geworden. Und ihr werdet es nicht bereuen, die paar müden Mark da auszugeben. Wie viel sind das? Es ist nicht viel Geld. Auf jeden Fall kauft euch das Album und ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ich habe mir viel Mühe gegeben. Und lasst uns alle zusammen Gas geben. Vielen Dank, Majo, für das Interview. Und dann noch meine allerletzte Frage. Ujo, wo ist der Tino? Der Tino ist in Düsseldorf. Und wir gehen jetzt gleich proben für die King-Tor. Alles klar. TV aus Straßensound heute mit Majo aus Duisburg. Wir sind raus. Teilt dieses Interview. Unterstützt Majo und holt euch das Album auf jeden Fall. Auch unten in der Beschreibung. 5. September. Freitag ist der Tisch, der kauft euch meine CD. Baby. Ja, JBG3 ist einfach ein Ding von Kollegah und Farid. Ich trainiere jetzt mittlerweile sechs Jahre. Beziehungsweise würdest du für eine Frau deinen Rap aufgeben? Ja, das ist meine Mutter. Ja. 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 Ja.